Der Wiener Schmäh. Mit Wiener Schmäh wird eine den Bewohnern Wiens zugesprochene Mentalität bezeichnet, die sich durch Humor oder den damit verbundenen Gemütszustand auszeichnet. Oft etwas melancholisch, sarkastisch oder morbid, humoristisch verharmlosend, mitunter leicht arglistig und boshaft, oft grantelnd, meist jedoch freundlich und durch ein Lächeln begleitet. Zum Beispiel so. Gestern ist mir im Wirtshaus vom Salzstrader das Kaperl aber geflogen, grad wie ich mir die Leberknödel-Suppen hab gesalzen wollen. Weil es irgend so ein teppeter Ober falsch aufgeschraubt hat, das Kaperl. Ich könnte dem Wirt und die Putzerei Rechnung bringen. Aber ich hab was anderes gemacht. Ich hab auf alle Tische die Kaperl von die Sulzstrader so aufgeschraubt, wie gestern der tepperte Ober bei Main. Und heute zum Mittag komm ich schon um ein Ölfe und schau, was so passiert. Wie der Wiener mit Nicht-Wienern umgeht. Zum Beispiel mit Freunden aus der Bundesrepublik. Gespräch an einem Fürstelstand. Ich hätte gerne eine Currywurst. Was für eine Wurst willst du haben? Eine Currywurst. Also ein Dreck haben wir nicht. Ein Waldviertler, ein Burenherrl, ein Schorfe oder eine Eitrige kannst haben, wo sie willst. Was war das letzte, eine Eitrige, was denn das? Das ist ein Käsekräner. Ah, naja, dann probiere ich das Würstchen. Aufschneiden. Zwei Hüften oder so geht's. Aufschneiden, bitteschön. Senf, Ketchup, mit Main, wo bitte? Haben wir nicht. Senf oder Ketchup? Äh, ja. Was heißt ja? Sag einmal, willst du mit, was machen? Senf, Ketchup, alles? Senf, bitteschön. Drauf oder daneben? Na, na drauf, Mann, daneben, das geht doch nicht. Ich will's gleich schauen, wo's alles daneben geht, wenn ich dann auf die Schuhe trug. Äh? Wat? Schwarzbrot, sehme, Salzstange. Ein Bitteten Brot, bitteschön. Scherzl oder Schnitten. Wat? Vergehst du, hast du Schnitten. Dankeschön. Gürgerl, Pfeffer, Ronis, wie so der Scharf. Wie scharf sind sie denn, die Schaufen? Sag einmal, willst du mich häkeln? Was heißt, wie scharf? Soll ich das aufzeichnen? Müsst du was zu trinken? Ja, ne Cola, bitteschön. Dosen oder Floschen? In der Flasche, bitteschön. Mit Glas oder ohne, hast du Pief gerestet, Sam? Hä? Vergiss. Mord 5,90 ohne Mord. Wat? Fünf, neunzig. Äh, da nehmen sie, machen sie sechs draus. Steh um, Marmeladinga, der nächste, bitte. Da! Vielen Dank.